Das sieht aus wie eine Arena. Oh, Smasher. Oh, Smasher, 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 Smasher. Oh, Smasher, 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 Smasher. Oh, Smasher, 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 Smasher. Oh, Smasher, Smasher, Smasher. Oh, Smasher, Smasher, Smasher. Warum bin ich eigentlich alleine? Wo sind meine Jedi-Ritter von eben? Ich bin nicht vorbeigekommen. Ich hänge! Ja klar, du kannst ja da drüber laufen! Das ist ein Ende. Das ist ein Ende. Das ist ein Ende. 20%! Halt der sich oder was macht der immer zwischendurch? Das ist ein Ende. Da ist ein Ende. Das ist ein Ende. Das ist ein Ende. Ich könnte ja eigentlich auch ein paar Buffs nutzen, oder? Ist ja nicht so, dass ich nicht welche hätte. Scheiße, ist zu weit weg. Ich habe nicht gesagt, du musst näher kommen. Stopp! Stopp, Smashy! Juhu! Klein! Klein! Kleiner! Das war's für Ignatius. Ist das bei 64 Prozent? Oh, oh! Ich hänge! Das ist dein Ende! Nein! Ah, nein! Ich habe zweimal... Oh! Zweimal geheilt. Das ist dein verdammtes Problem, Lady! No, 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 no! WTR! was passiert hier ich bin das habe ich nicht verdient dabei hat ein arm verloren ob deswegen ist menschen so böse ja er kämpft gegen die wand verlass mich in ruhe ja Oh, ist das doch nicht deren Ernst? Das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein! Schmashy ist hier. Neu für mir! Nein, 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 nein! 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 Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das war's für heute. Was ist das? Das war's für mich. Das Ding ist, meine Cyber-Hacks, die machen nicht viel Schaden, ey, nur bloß so ein Prozent. Das Ding ist, meine Cyber-Hacks. 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 Jetzt passiert doch noch was, oder? Der lag am Boden. Das lässt er doch nicht auf sich setzen. Das Ding ist, meine Cyber-Hacks. Adam Smasher ist endlich Geschichte. Alter, Entschuldigung, aber das Ding ist, die Snipe ist auf kurze Distanz nicht so krass. Jetzt am Ende hat sie gut Schaden gemacht, weil er so weit weg war. Ich hätte die am Ende auch eher noch nutzen können. Aber... Jetzt zweite Phase? Nee! Nein, 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 nein. Aber danke für die GGs, Chat. Und mir tut gerade meine Schulter weh. Ich weiß nicht, ich habe meine Schulter super verkrampft. Holy! Ich dachte mir zwischendurch, wenn ich die Kacke nochmal machen muss. Jetzt nicht sterben! Und bitte! Ihm darf auf keinen Fall etwas zustoßen! Keine Sorge! Das Vergnügen überlasse ich dir! Ich habe gerade genug gekämpft. Kein Problem! Ich kämpfe jetzt nicht mehr! Ja! Du! 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 haben sie verloren eine chance eine chance worauf ihre angst zu vergessen so hilfst du den leuten ihre angst zu vergessen indem du sie umbringst tut mir leid aber das verstehe ich nicht angst solange ich mich erinnere eine sache muss ich ihn lassen er wusste wie man den leuten angst machen kann er hat mir mal gesagt alles vom wert ist die flaggen im wind und der wind ist die angst und dann weißt du was er getan hat mir ins gesicht gepustet doch die das eine mal lag er falsch bei anderen ging sein plan auf er wurde gefürchtet selbst jetzt noch du warst dort idioten die sie vor einem toten fürchten erbärmlich das wollte ich ändern wärst du doch nicht aufgetaucht du hast mal eine eigene gang angeführt und dann hast du all deine ideale vergessen für macht macht vor 50 jahren jagten terroristen dieses gebäude in die luft ja davon gehört und was hat es gebracht nicht viel gar nichts aber ich habe daraus gelernt wenn bomben hochjagen nicht reicht was du selbst zur bombe werden endlich erlebt man hat mein deal eingehalten analysisch tonno maio natürlich danke dir wie das wäre alles nicht ganz auch nicht auf Ich halte mich an unsere Vereinbarung. Du gehst mit Helma. Ah, komm, sehen wir uns dein Problem an. Das Schicksal ist mächtig flatterhaft, was? Wovon redest du? Du kämpfst dein ganzes Leben gegen irgendwas. Nur um am Ende selbst dieses Etwas zu werden. Ha, ha, hoch steh dich. Eine letzte Fahrt gehen. Auf Wiedersehen.